Wir brennen! Feuer! Achso, schon rum. Okay, ich dachte schon. Lade bitte. Lade bitte. Lade bitte. Lade bitte. Lade bitte. Ihr dürft natürlich fleißig klippen, wie das geht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Okay, ich glaube, das sind ein paar Jahre vergangen, wie im ersten Teil. Okay. Don't worry about the heights. Had a few of my scientists make what's called long fall boot. I mean, aperture science innovators. Long fall boots. That was easier to think of than I thought. Oh Gott. Ich komme hier nicht rüber. He. Ducking Station. Ah! Turrets! Scheiß Turrets. Ich hasse euch! Ich hasse euch! Okay, hier müssen wir raus, aber wir haben einen Turret hier. Der uns hart, hart an den Eierstöcken krault. Können wir hier hinten noch irgendwas machen? Alter, wo geht's denn hier überall hin? Können wir hier raus? Nein, guck mal nicht. Hier ist Ende. Okay, wir müssen am Turret vorbei. Die Turrets sind dafür da, um welches sind einfach Wächter. Also, ich laufe einfach mal durch. In der Hoffnung, er kriegt mich nicht. Uaaaaah! Erschießt er mich? Ach so. Die sind leer. Sehr schön. Gut, dass ich so eine Panik hatte. Uaaaaah! Yeah! Booyah! Ah, Portugal! Puh! Ich war's nicht. Äh, 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 don't worry about that. It's just, äh, a new drilling test we're doing down below. Yeah. To get the salt mines deeper. To get more testing spirits in. Yeah. Yeah, that's it. Just ignore that. Okay. Ich hätt' gern die Pilze. Ich kann... Oh, doch, ich kann schon. Ich kann schon! Okay, alles okay. Alles okay. Niki schafft das. Niki kann das. Niki kriegt das hin. Wo komm' ich jetzt? Puh! Ach, das ist keine Area? Okay, lass mal gucken. Haben wir hier irgendwo was, wo ich hin muss, kann? Oh! Ha! Jetzt geht das Rätseln los, Leute. Hopp! Plopp! Sehr schön. Wollah, 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 wollah. Hallo? Ah, okay. Ähm. Muss ich jetzt wieder hier runterspringen? Okay. Okay, dann laufen wir halt da durch. Das durfte eigentlich auch funktionieren. Okay. Ja! Können wir von hier irgendwas machen? Ist das die andere Seite? Ich bin grad verwirrt. Kommen wir hier durch? Ha! Können wir hier was machen? Nein. Ah ja, ist ja gut. Ruckel, ruckel. Grabbel, grabbel. Okay. Also, es war Erdbeben. Finde ich auch. Gelb haben wir unten. Ich weiß schon, was ich machen muss. Ich muss oben rausspringen. Indem ich von da oben runterfalle und hier muss irgendwo noch meine Plattform sein. Ich liebe dieses Spiel, ja? Pff, Haare. Und dementsprechend... Ah, ich seh's schon. Hallo? Jetzt muss Niki nur noch treffen. Guck mal, wir sehen uns! Ups! Hoppla! Was für little guy... Torex! Lisa! Mein Schätzelein! Lisa, mein Hase! Wie geht es dir? Grüß dich! Alles gut, mein Schatz! Alles gut! Jetzt könnt ihr alle ja mitraten. Lisalein, du auch? Ich meine, es gibt so ein paar fiese Ruggler, ne? So, soviel dazu. Security Room. Okay. Stimmt. Turbo, du könntest Lisa mal als Mod einstellen. So. I'm keeping... I just want to make sure you know something before you go any further. We have these new inventions called emancipation grids in place to prevent objects from moving around to other tests. Now, some guy decided that it would be a good idea to make ones that prevent people from going through. Geil. Geil. Turbo, muss das jetzt nur gehört haben? Ich will da nicht rein. Hm. Ich komme nirgends hin. Au, au. Komme ich da durch? Ah ja, ich gehe. Da komme ich auch so hin. Ich komme hier wieder zurück, zu dem Portal, was ich vorhin gemacht habe. Oh, wo geht's denn hier lang? Nirgends. Einmal bloß. Lass uns sterben. Okay, wir sterben da tatsächlich. Okay, wir müssen da einen anderen Weg. Anderen Weg finden. Okay, ist ja gut. Alter, mach doch nicht sowas. Alter, Vater. Okay, wir können da nicht durch. Da ist eine Tür. Kommen wir durch die Tür. Oh, okay. Oh. Hier ist auch nichts kaputt. Ihr dürft mir gerne helfen, aber nicht spoilern, sondern wirklich versuchen mit zu... mit zu rätseln. Hallo? Okay, es muss irgendwas... Okay, da ist nichts. Können wir hier irgendwas? Nein, nachher mal auch nicht. Aber hier können wir auf jeden Fall... Da kommen wir wieder ganz zurück. Gut, okay. Aha. Ein Rettungsring? Auerkopf. Oh nein, warum? Lissi, wieso? Hm. So.